morgen meine kampfkumpelzwerge und herzlich willkommen zu dieser verrückten kleinen bande wir sind endlich bereit für eine runde wassertropfen wassertropfen und fürs bauen denn wir haben endlich die axt die wir jetzt schon versuchen seit drei folgen zu holen wollten grüßt immer noch ihre fans und ich grüße den wir können endlich anfangen zu bauen ich glaube das werde ich gleich machen ich habe zwei leute die dann immer die sachen hierhin bringen können also es kann losgehen und tüpfbeutelchen ist es schon da ich sehe es nicht was ist doch nicht wassertropfen sorry ich bin so aufgeregt ich kann endlich anfangen die sachen hier weg zu bauen wasser 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 bine echt jetzt suchen so wie nur ja endlich was ich kann es abbauen die dinger bringen so viel ich suche tropfen ich brauche auch ein tropfen ja dann hopfen holen so verweise ich so blöd war endlich bauen wie schnell das geht ja zwei tropfen einfach nur schön und dann sind wir innerhalb glaube ich von dieser folge dann fertig mit dem bauen und wir haben dort eine end genau endlich eine brücke trüben dass meiner auch scheiße habe ich redet ich habe hunger ist meiner ich meine ich habe das glaube ich hier guck mal noch ein tropfen hier lang weiß ich dachte ich passt da wie wie das das neun echt jetzt mein gott was du gut die mädels versorgen sich erstmal ich fange an zu bauen damit wir damit wollte ich hier ohne probleme rüber kommt da mache ich die käfer los trupp da bloß nicht hier da ist ein tropfen tropfen so bauen 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 dann haben wir nicht mal das problem mit dem fischi bin Bern notifications aber jo 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 21 O tam und was machen wir jetzt ihr können schon migration abbauen gräser könnte abbauen und die nach und nach hier rein sitzen ja 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 jetzt legt mich am arsch denkst du dich das mache ich ich habe den mariechen arsch gesehen hier warte mal gräser die hier war die hier machen wir das hier gleich haben wir eine brücke ich sehe schon das ende hallo wir können nur ein paar beutel stapel gräser hier bei mir ab ja dann seid ihr nicht so weit weg ja noch was sein sollte ja woher wird der brot ja hier wo die brücke ist ja gut dann packe ich den rotz jetzt hier einfach hin das alles was blau ist das muss da muss es rein setzt sich doch mal mit dem spiel hier auseinander ich habe kein gras mehr und mit b habt ihr das baumenü wieso baum und so ich mache ja die das fundament und so ich kann doch nicht alles hinsetzen ihr müsst schon die platten selber vormarkieren was formatieren vormarkieren ja was warum alle profis die verlangt ich weiß total toll cool oder na du kack aber also noch nicht seitlich schlau vielleicht mal was er wollte ich hier mit den mit denen mit denen wie bauen wollte ich ihnen das letzte player gesehen hat wollte ich und denkt sich gerade was was will die warst du doch schon vormarkiert dafür einige platten ja und wieso markierst du nicht richtig weil ich gerade die dinger setzte die foundation ja warum sonst kannst du ich erklär's dir nicht warum nicht ich setze dich mit dem spiel auseinander richtig da hört's auf ich lass das jetzt hier wie mach ich das mann du baummenü wo ist das ditte wo ist ich jetzt so ne dämlich verkackte platte suchen warte mal was ist das hier ist ein dach jetzt so dach warte mal was das was boden wie kann man hier einfach überlatschen nur an der seite warte mal hast du es jetzt gemacht was ist jetzt gerade ja ich mache es gerade warum weiß kann ich habe es doch gerade gemacht ich bin hier deswegen bei euch die dinger noch nicht vor ich hoffe ich frisst irgendwas in diesem spiel ich werde ich nicht ganz möglich ich hoffe du kannst mich auch mal ich glaube ich habe immer zweimal mehr als du kannst mich mal gucke mal ich habe es falsch herum gesetzt das sieht nicht mehr schön aus alles verkackt und das nur wegen dir du hast bin die gesagt jetzt habe ich ein absolut gleich kriegt doch hier nicht ich bin ein kampf zwerg aber die sind jetzt alle auch sitze was alles schiefgebracht du hast sie schiefgemacht ja dann musst du die anders hinsetzen da sitzt du ich doch auch auch beute oder mache ich jetzt weg was nein ich setze hier ein du musst du wieder hin klatschen direkt sind kam gerade sehr spät naja musste nachdenken ja aber das ist noch gar nicht da hat auf dem blatt so wir haben es gleich dann kann ich den tropfen finger bauen dann haben wir trinken jetzt auch ein baum auch wenn ich hier aber noch besser als habe ich auch ein ganzer ist besser ein ganzer ist wirklich besser glaubt mir was schon anstrengend ja ich muss die notieren ja was denkst du was ich hier mache wollte ich ihn schlägt nur wollte ich ihn bis dahinten eine große spiel ist ja deswegen vermeide ich es dahinten hinzugehen weiß dass da oben über unser haus zwei dicke fette bienen sind und die schenkt gerade mit ihnen aber ist haben wir hier die pizze ein und die frist ist gleich was stimmt mit der kunig hallo was stimmt jetzt mit meinem charakter nicht ich sammle ich würde eine pizze einsammeln und ist die gleich keine ahnung ich habe das kaputt ich bin ins wasser geblumst ich finde das nicht witzig meine ganzen bauteile sind hier im wasser ja geht nicht ich kann sie ja im wasser nicht nehmen ich musste jetzt irgendwo hinschieben grüner arsch wie auf der brücke ich bin es wohl nein ja da war auf mich hier zu schieben du kleines kackrödes kackteil und das ding gerade mich anlutschen bett es oder war dieser brücke oder freust du dich willst auch über das habe ich fertig hier scheiße die sind kaputt ich kann nicht vergessen wird echt hier weiter bist du bedingt das stimmt mit dem das ist tragisch sieben stück sieben stück es freut sich hier und schon wieder vorher aber auf stehe du bist so kackig ja ich weiß du dich auch ja gut ich mach weiter hier für die schild noch mal ja bitteschön ja irgendwie hat die kalli spaß gerade da ist es bringt die ganze zeit und erfreut sich und rennt immer weiter wenn sich nicht es hat angst vor deinem aussehen aber es bringt neben mir und freut sich ich glaube es mag mich das friedolin nennen wir können haustiere glaube ich jetzt holen ja ich bin so ein hüpfenden idioten wo ist er jetzt abgesoffen idioten guck mal hier ist er wieder wo er rennt wieder hier lang er bald ist da drüben wenn ich fertig werde ja ich mache er fertig ja ich freue mich auch ich bin fleißig wir sind die einzigen die hier arbeitende das ist das ding kommt nicht weiter und ich wollte noch extra aufpassen und sie das sind ich sehe nur diesen balken da stehen schon ich bin fleißig ich hoffe ich wusste ich hoffe ich frisst dich ich will dich so die teile kann ich weg machen welche nichts dran setzen kann wie wieder bad was war das nur ein stückchen was ich glaube ich hatte körper gerade ins wasser gefurzt hat sich definitiv so angehört das haben sie auch drauf schade dass wir nicht noch eine axt haben dann hätte ich wollte ich hier los schicken können und die ja rags machen lassen können so nächste reihe die nächste muss ich davon nehmen du kleider grüner scheißer renn sonst kommst du auf den grill ich will nicht ins spinngebiet ja hier sie alle kali komm mal zu mir rötchen auch so jetzt nämlich sonst muss ich die ganze zeit hin und herren keine lust drauf wir haben es fast gibt es dann tropfen heute beute da bin ich gar nicht ich bin hier hinten links von dir ja beutelchen es wird wärmer so du kleiner scheißer du hattest deine die stöcker die durch hier rumliegen siehst nimm die mal mit bitte ich glaube du kannst bisschen mehr tragen als ich ich glaube dann geht es wesentlich schneller als wenn eine einzelne person hier hin und die stöcker die hier auf dem boden liegen überall die einmal mitnehmen die brauchen wir voll für die und da haben wir haben mit einem brett weiter geh du mir mal weg ich wollte schon pass auf das ist spinngebiet so bei den nächsten teile die sind ein bisschen gefährlicher unterwegs und wenn du es ansetzt links und rechts musst du dann laufen sonst fällst du runter dann lass ich das jetzt hier fallen ich will nicht wo ist sie das ende da unten schwimmen meine teile und blubbendes etwas unten blubbendes etwas genau ich habe von diesem marienkäfer kampf immer noch solche schmerzen er hat ja schon wieder was entgegen er lassen was grünes ja nicht runterfallen guck mal die gali lernt backen auch hast du nicht gesagt nein hast du gesagt nein wenn es das so okay was denn ich habe nichts gesagt doch ich habe es vollkommen vernommen ganz da hinten ist noch wasser jetzt haben wir hier nicht irgendwas etwas in der nähe außer im spinngebiet darum sind noch sehr viele so gehen wir mal beutelchen hinterher weder noch ich brauche wassertropfen ich möchte ich eigentlich auch ja warte mal ich habe ja noch honig du wohnen jetzt so hier bei eftes her packen. Ja, dann mach. Hier. Ich bin ausgepowert. Elgis sind hier immer sehr gerne die großen Spinnen lang gelaufen. Das ist eine kleine. Da! Das ist eine größere. Ja, das wird schön. Ich glaube, sie kennen gerade. Entschuldigung, ich gehe ab. In der Hoffnung, dass sie mich jetzt nicht sieht. Aber die pennt. Ah, die könnte aber trotzdem wach werden. Perfekt. Hoffen wir, dass es erst mal der letzte Spunk ist. Hier liegt noch ein Brett. Ja, da hinten liegt auch noch ein Brett. So, dann können wir wenigstens ohne Probleme und ohne die Sorge zu haben, dass uns ein Fischi-Fischi futtert. Ach, rüberkommen. Endlich. Ich brauche noch Grasteile, Beutel. Beutelchen hat irgendwie gesammelt. Ich bin stolz auf dich, Beutelchen. Hm. Bitte nicht runterfallen. Ich würde schon wieder welche verlieren. Da steht schon wieder was unter mir. Ah, vielleicht kann ich jetzt auch gleich die Wassertropfen-Dings fertig machen. Ich bräuchte Wassertropfen. Was? Feuchte Wassertropfen? Ach so, ja, ich brauche auch. Feuchte Wassertropfen. Feuchte Wassertropfen, ja. Was? Ist das ein Weg, oder? Das ist eine ganz schön lange Brücke. So, zwei Hölzer oder drei Hölzer, dann ist es fertig. Ja, liegt hier. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Beutelchen, weil Beutelchen direkt da rumhüpft, wo Spinnen eigentlich sind. Hm, 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 hm. Aber hey, guckt mal, Teamwork funktioniert, bis auf das ich zwei Lagen verloren habe. Oh, das war wieder knapp. Hey, mehr Arsch und Wolken, wo das war wieder. Nein, jetzt fehlen noch zwei. Ich brauche Tropfen. Ich brauche jetzt. Ich brauche Tropfen. Nee, ich hätte beinahe den Tropfenfänger fertig gemacht. Oh, ich habe ja noch was zu trinken. Alles klar, ich war Doste gerade nicht. Und dann haben wir am nächsten Tag wenigstens ein bisschen Wasser. Fürs Erste. Was? Bisschen? Ja, voll den Wurscht. Kommt drauf an, wie viele Tropfen dranhängen. Und dann können wir hier eine Reihe an der Brücke mit, äh, keine Ahnung, Essen und Trinken dranpacken. Ja. Ich war beinahe in der Mitte entlang gelaufen. Ja, und unser Regenfänger ist fertig. Ach, Dominik. Wollen wir jetzt was trinken? War das eine Geburt? Nein, das muss erst mal über Nacht gefangen werden. Das war eine Geburt. Wobei, es ist ja noch gar nicht fertig, ne? So, na dann. Wollen wir mal schnell das ganze Gras fertig machen? Ja, das schleift. Hier liegt nichts mehr. Waddle. Ich bin ins Wasser gepumpst. Und? Fisch da? Ja, irgendwas Großes ist hier. Alter. Na, wer ist da, Hugenrich? Da ist ein Leuchte, Dings. Pillen? Na, du grünes Arsch. Ich guck mal kurz, ob die nett sind. Ja, scheint nett zu sein. Wo ist Gras? So. Reicht nicht. Hier habe ich noch drei Stück. Das Problem ist, es könnte sein, dass die Spinnen jetzt über die Brücke kommen können. Äh. Das ist wirklich eine ziemlich... Renn, Brüte, renn. Nein, ich hänge fest. Ich hänge fest. Ach ja. Da ist da wahrscheinlich irgendwas Großes. Das stinkt in den Arsch. So, weiss. Gut, sticke dich. Ja, da solltet ihr eben aufpassen. Ja, aber nur noch da am Rand gibt's noch. Krass. Alter, Finne. Ist anstrengend, oder? Das bauen hier. Hey, jedes Mal kannst du nicht weiter irgendwas rumschleichen. Wieso ist sie denn gleich ein Pilz? Ähm, wenn du das unten im Inventar hast, nimmst du sie sofort im Mund. Hey. Oh, was ist das? Gar nicht. Oh, bevor irgendwas passiert, ich speicher. Also nochmal mach ich das nicht, dass ich hin und her gerenne. Jojo. Wir haben's fast, Mädels. Es ist das letzte. Hier. Wir haben's fast. Aber ich hatte jetzt keinen, keinen Schnellzugriff hier mit unten Pilz und so einer Leiste. Okay. Die frisst ihn trotzdem. Ja, ich glaub, wenn du raufklickst, dann futtert sie's weg. Das Problem hatte ich vorher nämlich nicht gehört. Was war das? Das war die Krähe. Alter. Mein Gott, die Spiegel. Ja, die Kali ist laut. Hallo? Hallo. Seht ihr auf mich? Beute, Beute. Hallo. Hallo. Das ist ein sticke Käfer. Okay. Sticke Käfer. So, den letzten Schwung schaffen wir. Hui. Den letzten Schwung kommt, backen wir. Bisschen Essen habe ich ja auch schon für uns besorgt. Dann zum Essen. Ratte hat die Vulkana gesehen, wa? Wer? Die Ratte? Den Stapel. Nee. Stapel. Hallo. Nimm doch mal das in die Hand. So, ich zieh gleich durch. Er nimmt hier das Teil, dich. Ja. Schnappen. Hallo, Kali. Was machst du denn da oben, du Nicht-Fürstin? Oh. Bist du laut? Wieso nimmt denn er dieses Teil hier nicht? Warte, ich guck gleich. Einmal fünf Stück und einmal drei Stück noch. Ja. Habt ihr's? Eis drauf. Ha! Egal. Was denn? Na, den einen Gras konnte ich da nicht aufheben, ob es geleuchtet hat. Stand aufheben. Boah, vielleicht verbuggt. Oder du hast irgendwas anderes in der Hand gehabt. Boah. Es klappt egal, was ich in der Hand habe. Ob ich schwer in der Hand habe. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Ich glaube, ich habe den letzten Schwung gerade. Was, und was mache ich mit diesen Schwung? Erstmal da lassen. Warum? Ist es nicht besser, wenn wir es rübertragen? Oder rübertragen. Race und so? Oh, nee, hier fehlen ja noch ein paar. Haha, da hat jemand nicht gut gearbeitet. Ja, hallo? Wir brauchen nochmal acht Stück. Warte mal, haben wir hier schon... Gerade, keine Wassertropfen? Ja. Und so. Ähm... Dessen... Wasserbehälter. Na, läuft doch. Habt ihr das schon gemacht? Oh, ein Wasserbehälter gemacht. Nein, doch nicht so ein Wasserbehälter. Ist geklaut. Doch nicht so ein. Ich will mal das. Und ich will mal das. Wer ist denn da jetzt schon wieder drin? Ähm... Ähm... Den hab ich doch auch wieder geflatscht. Was? Den hab ich doch hingebaut. Ich hab doch so einen gebaut. War ich das nicht? Nein, ich war so schlau. Ja, ich wollte den erstmal da wegpacken. Und da kommt das Wasser rein. Jetzt. Was wir da dementsprechend sammeln. Ist ein Wasserbehälter. Ja. Oh, ein Wasser. Pack uns erstmal was zu essen hin. Oh, scheiße. Das Problem ist, wir müssten trotzdem noch mal los um. Prinken. Genau. Na, dann los. So, Essen ist drauf. Was hat ihr klaut? Ja, das ist verbraten. Ich ess das mal. Was ist denn das Beutelbeutel? Ach, da ist es doch. Ja, ist das fertig. Ich muss trinken. Ich muss trinken. Ich muss trinken. Wir müssen kurz was trinken holen. Die Nacht werden wir so nicht überleben. Voll voll machen. Aber. Wisst ihr was das schöne ist? Wir können rüber. Laufen. Rennen. Ist damit er recht ähnlich für den Weg. Ne. Zu weit. Wir brauchen etwas zu trinken. Was ist denn schon ein Topfen? Nein. Scheiße. Schwein. Neben. Versehen. Ist das? so weiter ich bin bei dir 6 ich schieb du mich nicht zu nah war die zwei tropfen könnte man trotzdem ich holen bis jetzt sie ich dann nicht heute hinten gott die stimme von beutig ins charakter habe ich gerade voll erschrocken den einmal so dann lasst uns gleich noch mehr holen ich sehe da schon ein hier hier ist eine direkt hier da kommt man so ran erwischt den ein ich habe schon zwei hier ist tropfen wo man gleich rankommt okay jetzt bin ich gänzlich voll und habe zweimal ladungen drinne schön und jetzt kann uns die spinne killen kommen dass du zwei ladungen hast ja so weit will man so muss das erst mal für sein eigenes wursaugen sonst ja gut ich merke ich mir hier sind doch so viele hier 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 schau dir jetzt runter hallo tropfen hier na es wollte ich nicht bei dir ja aber sie ist voll voll ich bin ab nach hause mit uns denn dann gucken wir uns das fangnetz an ich bin so glücklich wir haben die die brücke hinbekommen keine hosen scheiße ich kriege ich noch hier das ist buggy nicht mehr ich habe noch zwei stück ab nach hause eine runde pennen das kappelt da hinten ach so so einer das ist entspannt bevor irgendwas passiert war ich dann kannst du durchlauf nur zehn manuelle speicherung vornehmen da schreiben musik wird gruselig ist auch nachts ab ins bettchen mit uns dann gucken wir mal ob der oder ob wir den hätten draußen lagern müssen aber das glaube ich nicht mehrere hinstellen das so dass du also mit drei personen wow einer das haben sie auch dementsprechend geändert so gut aber dann würde ich sagen ich verabschiede mich hier von youtube bedenke mich fürs zusehen und bis zum nächsten mal tschau tschau warum der kisten